Ich bin Alexandra, ich bin Studentin in Medienwissenschaften und schreibe gerade meinen Bachelorabschluss und ich möchte gerne praktische und journalistische Erfahrungen sammeln. Ich heiße Marina und ich bin als Auslandsjournalistin und Übersetzerin in meiner Heimatstadt Moskau tätig. Nach meinem Abschluss als Germanistin lasse ich mich aber gerne in weiteren Bereichen weiterbilden, unter anderem auch in Berlin. Ich bin Dominik, ich komme aus Berlin und habe dieses Jahr meinen Master of Arts in Romanischer Literaturwissenschaft gemacht. Ich bin erstmal hier, weil ich schon in Form eines Praktikums im journalistischen Bereich gearbeitet habe und mein Wissen gern erweitern wollte und möglichst dann vielleicht auch im journalistischen Bereich weiterhin tätig sein würde. So, ich habe in diesen zwei Tagen gelernt, wie man in einem Team arbeitet, wie man mit drei Köpfen an den Text herangehen kann. Ja, auch private Sachen wie beispielsweise Blogs oder so, in die ich dann natürlich das einfließen lassen kann, was ich hier gelernt habe. In Form einer Rezension für einen Film zum Beispiel. Vielen Dank.